Am Stadtrand von Tauberbischofsheim ist die Welt für Andri Behrensson noch in Ordnung. Auf dem großen Grundstück von Matthias Bär und Sita Funkenhauser fühlt sich der aus der Ukraine geflüchtete Familienvater mit seinen beiden Kindern Artemy und Yevgeny sicher. Am 24. Februar um 5 Uhr morgens hat sich unser Leben verändert, weil in Kiew plötzlich überall Bomben eingeschlagen sind. Wir haben versucht, uns in Sicherheit zu bringen und haben die ganze Zeit Bombeneinschläge gehört. Andri ist der Schwiegersohn von Emma Smirnova und die wiederum ist die Witwe von Wladimir Smirnov, einem vor vier Jahrzehnten weltberühmten Fechter. Wie auch Matthias Bär durfte er sich 1982 bereits Olympiasieger nennen. Dann ereignet sich im selben Jahr die bis heute größte Tragödie des Fechtsports. Beim direkten WM-Duell der beiden Fechtstars am 19. Juli in Rom dringt Bärs Klinge in die poröse Maske des Russen ein. Es ist ein tragischer Unfall, den Smirnov nicht überlebt. Jetzt sind die Nachkommen des verstorbenen Russen bei seinem damaligen Gegner untergekommen. Erstens habe ich es am 24. Februar dann im Radio gehört und dann kam auch sehr schnell die Anfrage von der Witwe von Wladimir Smirnov, die mich gefragt hat, ob ich die Möglichkeit hätte, die Familie aufzunehmen, den Papa mit seinen zwei Kindern. Andri's Frau war im Vorjahr verstorben. Deshalb durfte der Familienvater überhaupt erst aus der Ukraine ausreisen. Wir haben ein paar Klamotten gepackt und sind mit dem Auto erstmal einfach weggefahren. Wir sind dann zu meinen Großeltern gefahren und sind da drei Wochen lang geblieben. Am 9. März macht sich Andri Behrensson mit seinen beiden Kindern schließlich auf den Weg nach Deutschland. Über Warschau kommt die Familie am 14. März nach Würzburg und lebt seitdem bei Matthias Bär und Sita Funkenhauser in Tauberbischofsheim. Immer in Angst um die daheimgebliebene Familie. Ich muss sagen, sie sprechen sehr wenig drüber, um mich zu sagen, fast gar nicht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Selbstschutz. Das heißt, am Anfang hat man kurz drüber gesprochen, aber danach ist das, jeder holt seine eigene Information ein. Und wir sprechen sie auch nicht groß drüber, also immer drauf an, um einfach nicht irgendwie aufzuwühlen. Sie erzählen was von den Eltern, dann wissen wir, okay, aber es ist kein tägliches Gespräch. Matthias Bär hat jahrelang mit der Tragödie zu kämpfen. Aber erst 2017 kommt es zum lang ersehnten Kontakt mit der Witwe von Wladimir Smirnov, die anschließend auch nach Tauberbischofsheim kommt, damals übrigens mit ihrem Enkel Andri. Also die Entwicklung war letztendlich sehr positiv. Erstens, als ich in der Ukraine war, in Kiew, und sie besuchen konnte. Dann hat sie mich besucht, hier in Tauberbischofsheim. Und seitdem ist ja auch der Kontakt nie abgerissen. Und jetzt ist es so, dass wir, oder besonders ich natürlich, Genugtuung hat, hier etwas zurückgeben zu können, ohne jetzt aus dem Gefühl heraus, dass ich irgendwie Schuldgefühl haben muss für das, was passiert ist. Das war ein unglücklicher Zufall, ein Unfall. Durch den Krieg in der Ukraine schließt sich für den einstigen Weltklassefechter jetzt ein Kreis, der vor knapp 40 Jahren mit dem schrecklichen Unfall in Rom seinen Anfang genommen hat. Er schaut positiv nach vorne, genau wie seine ukrainischen Gäste, die in ihrem Heimatland momentan keine Perspektive mehr sehen. Im Moment können wir uns nicht vorstellen, zurückzukehren in die Ukraine. Wir wissen nicht, wie es daheim nach dem Krieg aussehen wird. Wir wollen hier in Deutschland bleiben, weil wir hier einfach mehr Möglichkeiten haben. Artemi ist ein vielversprechendes Fußballtalent, das bereits bei den Würzburger Kickers mittrainiert und auch schon von der TSG Hoffenheim angesprochen wurde. In den kommenden Tagen geht es für die kleine Familie aber erstmal in eine eigene Wohnung, dank der Unterstützung von Matthias Bär und Sita Funkenhauser.